Applaus 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 Liebes Publikum, wir würden niemand schockieren... Auch niemand mit dem Bild gross diskriminieren... Das ist nämlich kein Blackfacing. Tue das endlich, Rafa. Er hat ein schwarzes Gesicht, weil er dort arbeiten muss. Aus Aargauer sind wir gegen kulturelle Aeignung. Und als Protest kleben wir uns an einer Luzerner Rübe-Toten fest. Das Zoffige mit dem Ö-Form in den Ausgang ist wenig kompliziert und spässig. Du kommst vier Stunden spät, hey, die Frau, schon mega hässig. Dafür bist du weder bei einer anderen gewesen, noch besoffen. Hast du dich einfach zwischen Gleis- und Parkaufbaustelle verlaufen? Bei uns in der Schweiz herrscht ein Strom-Mangelage. Wie ist es Englisch, dann wird es heißen from Angelic. Juhuere, Gopfer, Deku und Heidere, Wagen. Es ist ja ganz einfach Deutsch und heisst Strom-Mangelage. Der Gemeindrat hat sich erst gerade neu formiert. Und ein Foto zu machen, das der Bundesrat imitiert. Mit einer Bewegung im Pumpe zu unser Land demonstrieren. Aber es sieht eher so aus, als würde man die Schule evakuieren. Dein Problemen haben Menschen und alle gesehen, so schön war es plötzlich. Geld, hatten wir nur durch ein Beispiel gesehen. So schön war es plötzlich. Eins Spiel ist von einem kleinen Kloster zum Glück. Nach der Oanes sind die Masche gesucht. Wir hatten eine gute Idee. Wir haben nur ein bisschen geschaut, was passiert ist in dieser Rübe. Der Herz zuerstört, der Gän so schön ist Münster. So schön ist Münster. Der Sechzi ist in Pension und ich schelte noch ein Tritt zum Lachen. Für Frauen sind es ein schwarzer Tod, was kann man doch nicht machen. Oh Fritz Stutz, das ist ja nichts, jemand anderes muss sich mehr aufrufen. Der König Charles, die arme Sau, muss mit 14 Jahren arbeiten. Die Medizin von heute, die kann so viel, wir finden das schon bautig. Ein bisschen Silke kommt an, ein bisschen Botox, der ist nicht mehr trautig. Die ausgeschlützten Abente muss sich machen ein Schweibersorgen. mit einem Schweibersorgen. Ich muss mit dir, erst schön der Mann, auf dem Sonnenmüllen zu werden. mit einem Schweibersorgen. Mit einem Schweibersorgen. schweibersorgen. Mit einem Schweibersorgen. Untertitelung des ZDF, 2020